Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, am gestrigen Abend haben wir auf Grundlage des Antrags der Fraktion Die Linke zum NSU-Bericht des Innenministers eine, wie ich finde, intensive, teilweise auch spannende Debatte geführt, in der es nicht nur darum ging, den Bericht des Innenministers zu den Geschehnissen um den NSU zu bewerten, und es ging auch nicht nur darum, die Berechtigung oder auch Nichtberechtigung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu debattieren, sondern in der Debatte oder die Debatte gegenüber diesen beiden Punkten hinaus. Es ging vor allem auch um die Frage, inwieweit die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern bei den Ermittlungen zum Mordfall Mehmet Turgut und zu den beiden Banküberfällen in Strasund Fehler begangen haben. Vor allem, aber wurde auch die Frage aufgerissen, inwieweit wir mit der bestehenden Sicherheitsarchitektur in Mecklenburg-Vorpommern richtig und gut aufgestellt sind. Eine Frage, die sich seit Monaten auf Bundesebene und auch auf Landesebene gerechtfertigter Weise stellt. Wir haben gestern auch darüber debattiert, ob das öffentliche Interesse zu diesen Vorgängen nachgelassen hat und ob die Aufarbeitung beendet ist oder fortgesetzt wird oder fortgesetzt werden muss. Ich glaube, ich hatte mir große Einigkeit, dass das geschehen muss. Und es stellte sich in der Diskussion die Frage, welche Konsequenzen aus dem Agieren der Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit dem Mord- und Terroranschlägen des NSU zu ziehen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, seit dem Herbst 2011 findet bundesweit eine intensive Diskussion um die Perspektive des Verfassungsschutzes statt. Dem wollen wir uns mit dem vorliegenden Antrag ausdrücklich stellen. Ich sage an dieser Stelle, wir sind da nicht alleine. Das geschieht auch auf der Ebene anderer Bundesländer. Und ich möchte diesem Antrag, den wir Ihnen heute vorlegen, einige zentrale Thesen voranstellen. Erstens. Das Versagen der Sicherheitsbehörden, das sich über viele Jahre hinzieht, fordert wahrnehmbare Konsequenzen. Zweite These. Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht eine umfassende Information zum Verhalten und Agieren der Behörden in Zusammenhang mit den rechtsterroristischen Anschlägen des NSU. Und sie erwarten es nicht nur diesbezüglich, sondern sie erwarten auch, dass die Politik ihre Lehren aus den Vorgängen zieht und dass die Arbeit der Sicherheitsbehörden zukünftig deutlich, und das ist ein wesentlicher Punkt, durchschaubarer und offener wird. Drittens. Geheimtagenden Kontrollgremien wie der Parlamentarischen Kontrollkommission, Diese Gremien erfahren in der Bevölkerung immer weniger Akzeptanz und immer mehr Misstrauen und auch, weil eine öffentliche Kontrolle des Verfassungsschutzes mit dem derzeitigen Regelwerk ausgeschlossen ist. Sie können ja durchaus gerne zu anderen Einschätzungen gelangen, da bin ich sehr gespannt auf Ihren Vortrag hier. Viertens. Es muss auch für die Landespolitik oberste Priorität haben, das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden des Landes wiederherzustellen. Auch dazu ist absolute Offenheit und Transparenz erforderlich. Wir haben in der gestrigen Debatte an der einen oder anderen Stelle ansatzweise gehört, dass das öffentliche Interesse offensichtlich nachlässt und ich hoffe sehr, dass damit nicht verbunden ist, dass der Reformwillen, was die Sicherheitsarchitektur in unserem Bundesland, in anderen Bundesländern und auf Bundesebene angeht, ebenfalls nachlässt, sondern ich glaube, dass hier unbedingt der Handlungsbedarf gegeben ist. Sehr geehrte Damen und Herren, wo ist der Reformwelle, Herr Ritter? Ich sage aber beispielsweise, gibt es ja einen Gesetzentwurf, der derzeit in Nordrhein-Westfalen auf Ebene des Landtages beraten wird, mit durchaus interessanten Ansätzen. SPD und Grüne haben das eingebracht. Ob das hier in der Tat so der Fall ist, werden wir möglicherweise in der Debatte erleben. Ja, ich möchte den Kollegen der Mehrheitsfraktionen hier schon die Möglichkeit geben, vielleicht positiv darauf einzugehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man diesen Themen folgt, dann kann es keinen Zweifel geben, es ist unbedingter Handlungsbedarf gegeben, es besteht ein dringender Reformbedarf. Ein weiter so kann und darf es nicht geben, daher legen wir Ihnen heute einen Antrag vor, der konkrete Veränderungsvorschläge beinhaltet. Ich möchte dazu auf einzelne Punkte eingehen. Und wenn ich jetzt vom Kollegen Renz jetzt gerade höre, wir entscheiden in der Sache, so war der Zwischenruf, nach Qualität an der Stelle, dann möchte ich zumindest anmerken, dass wir an der einen oder anderen Stelle ja auch an Punkte kommen, wo das Argument für die Ablehnung eines Oppositionsantrags darin gesucht wird, dass der andere Koalitionspartner nicht mitstimmt. Das in der Tat ist keine sachliche Entscheidungsgrundlage. Meine Damen und Herren, an erster Stelle steht die Einschränkung des Aufgabenbereichs der Verfassungsschutzbehörde. Wir sind der Auffassung, dass sich die Aktivitäten der Verfassungsschutzbehörde vor allem auf solche Bestrebungen konzentrieren sollen, die einen konkreten Gewaltbezug aufweisen. Solche Gruppierungen und Einzelpersonen, die ihre Gedanken lediglich in Wort, Schrift oder Bild äußern, sollen angesichts der herausragenden Bedeutung der Meinungsfreiheit im Grundgesetz künftig grundsätzlich dann nicht mehr mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden, wenn ihre Aktivitäten keinen Gewaltbezug aufweisen. Unser zweiter Vorschlag orientiert auf eine Öffnung der Arbeit des Verfassungsschutzes. Dem weitaus größten Teil nach unserer Schätzung, rund 80 Prozent, da sind wir mit dieser Schätzung nicht allein, das ist eine Schätzung des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, seiner Erkenntnisse gewinnt der Verfassungsschutz aus offen zugänglichen Quellen. Wir sind der Meinung, dass die auf offene zugängliche Quellen basierenden Erkenntnisse und Informationen besser bei einem unabhängigen und öffentlich agierenden Institut aufgehoben sind als beim Verfassungsschutz. So wird sichergestellt, dass Erkenntnisse und Analysen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft stärker als bisher auch von den Sicherheitsbehörden berücksichtigt werden können. Es gibt ja durchaus einen Fall mit Mecklenburg-Vorpommern, in dem deutlich geworden ist, dass eine öffentliche Institution Erkenntnisse gesammelt hat, die offensichtlich dem Verfassungsschutz lange verschlossen geblieben sind. Unser dritter Vorschlag und vermutlich in Ihren Augen einer der brisantesten, wir wollen, dass der Einsatz von sogenannten V-Leuten in der rechten Szene ausgesetzt und evaluiert wird. Dabei soll auch geprüft werden, ob auf den Einsatz von V-Leuten gänzlich verzichtet werden kann. Viel zu groß ist die Gefahr, und das ist die aktuelle Debatte, meine Damen und Herren, dass sich die Zuwendung des Verfassungsschutzes an seine V-Leute gegenwürdig unseren demokratischen Rechtsstaat richten und dazu beitragen, rechtsextreme Strukturen indirekt zu finanzieren. Dies wollen wir für die Zukunft ausschließen. Und in dem Kontext sehen Sie bitte auch unseren Änderungsantrag. Versehentlich ist da die noch nicht endbearbeitete Fassung herausgegangen. Deshalb haben wir das nochmal nachgereicht. Unser vierter Vorschlag, wir wollen, dass der Schutz des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz gegen die vom Verfassungsschutz ergriffenen Maßnahmen verbessert wird, und zwar durch eine Erweiterung der Mitteilungspflichten gegenüber den betroffenen Personen. Der fünfte Vorschlag, die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht hat eine negative Stigmatisierung und verstößt, wenn die Voraussetzungen des Verhältnismäßigkeitsprinzips nicht erfüllt sind, gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen. Wir haben dies gerade ganz exemplarisch im Rahmen des Landesverfassungsschutzberichtes erfahren. Wenn Personen, Institutionen, Initiativen zu Unrecht gebrannt markt und stigmatisiert werden, dann stellt sich der Verfassungsschutz selbst in Frage. Ich finde übrigens, dass hier das Verfolgen nach einem gerichtlichen Urteil mit erheblichen Mitteln absolut nicht gerechtfertigt ist und sich selber in Frage stellt. Wir wollen, dass der Verfassungsschutzbericht durch einen Bericht über die Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde ersetzt wird, denn der Innenminister, den der Innenminister halbjährlich dem Landtag vorzulegen hat. Mit diesen Berichten würde sich der Landtag dann regelmäßig nach den Vorschriften seiner Geschäftsordnung über die Behandlung von Unterrichtungen befassen. Und schließlich, und das ist eine wesentliche Forderung, fordern wir, dass die sogenannte Prävention und Bildungsarbeit des Verfassungsschutzes eingestellt wird. Nach dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2011 haben Vertreter des Verfassungsschutzbehörde insgesamt 44 Veranstaltungen besucht oder ausgerichtet und in 23 Vorträgen über die Tätigkeit des Verfassungsschutzes informiert. Zu den Hauptinteressenten zählten, so der Verfassungsschutzbericht, vor allem auch Schüler und Lehrer. In ihrer Antwort auf die kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 die Grünen konnte die Landesregierung nicht darlegen, wir haben hier eine ähnliche Debatte auch im Zusammenhang mit der Bundeswehr an Schulen, nicht darlegen, wie der Verfassungsschutz sicherstellt, dass die von ihm geleistete Bildungsarbeit dem im Beutelsbacher Konsens festgelegten Grundsätzen für politische Bildung, insbesondere dem Gebot der Kontroversität entspricht. In der Antwort auf die Anfrage der Bündnisgrünen Fraktion heißt es lapidar, die Vortragstätigkeit erfolgt ausgewogen und unter entsprechender Berücksichtigung der in der Frage genannten Aspekte. Sehr geehrte Damen und Herren, Rolf Gößner, der Vizepräsident der Berliner Internationalen Liga für Menschenrechte hat den Verfassungsschutz einmal als Fremdkörper in der Demokratie bezeichnet. Dass sich das ändert, können Sie nachvollziehen in dem Moment, wenn Sie diesem Antrag zustimmen. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollege Dachner, zunächst mal, ich möchte auch gerne mit etwas Positivem anfangen. Sie haben das ja vorhin auch getan. Und mich hat wirklich aufrichtig gefreut, dass Sie sich in Vorbereitung auf diesen Tagesordnungspunkt doch offensichtlich intensiv, nicht nur mit grüner Programmatik und Beschlüssen von Landesdelegiertenkonferenzen, sondern offensichtlich auch zumindest gedanklich mit dem Innenleben meiner Partei auseinandergesetzt haben. Na, ein bisschen sind Sie auch grün, haben Sie gerade gesagt. Das vermag ich nicht stetig zu erkennen, auch die Ansätze, die muss ich wirklich suchen, aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Allerdings kommen Sie in Ihrer Einschätzung zu einem völlig falschen Ergebnis und wenn Sie den Antrag gelesen hätten, dann hätten Sie das oder aufmerksam gelesen hätten, dann hätten Sie das, glaube ich, auch entdeckt. In der Tat finden Sie in unserem Antrag nicht in der Konsequenz die Forderung nach der Auflösung des Verfassungsschutzes. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum Sie das nicht finden. Einmal traut sich diese Landtagsfraktion der Bündnisgrünen durchaus eine eigene Position zu. Vielleicht ist es ja in der SPD so, dass die Landtagsfraktion eins zu eins immer das umsetzt, was möglicherweise auf Parteitagsebene beschlossen wird. Bin mal interessant, wie Sie das denn umsetzen, was jetzt am Wochenende geschehen ist. Zum Zweiten ist es so, ich kann Ihnen versprechen, wir werden auch ohne Landesdelegiertenkonferenzen im Hintergrund das Thema Verfassungsschutz und Weiterentwicklung der Sicherheitsarchitektur in diesen Landtag hineinbringen. Das tun wir nämlich aus inhaltlicher Überzeugung und nicht deshalb, weil zufällig an irgendeinem anderen Punkt die Landespartei eine Diskussion darüber führt. Und ich will mit etwas weiterem beginnen, etwas Positiven, weil ich an einem Punkt, der damit in Zusammenhang steht, Herr Innenminister, durchaus ganz nah bei Ihnen bin. Das ist meine persönliche Auffassung, die will ich hier auch kundtun. Die Frage des Trennungsgebots, und genau deshalb steht hier die Forderung nicht drin. Die muss zunächst mal beantwortet werden für den Fall, dass jemand die Forderung erhebt, den Verfassungsschutz aufzulösen. Solange diese Frage, wo die Kompetenzen der Beschaffung von Informationen denn hingehen sollen, nicht klar beantwortet ist und das Trennungsgebot nicht beachtet worden ist, werden Sie mich nicht auf der Seite finden, derjenigen, die die Auflösung fordern. Das ist ein zentraler Punkt und in der Tat, da bin ich bei Ihnen. Aber meine Damen und Herren, die Diskussion verläuft in der Tat schon ein klein wenig eigenartig. Und ich will das an einem Punkt festmachen, weil alle Redner und Rednerinnen der demokratischen Fraktionen haben hier den Reformbedarf anerkannt und artikuliert. Ich habe keinen gehört, der das nicht getan hat. So und eigentlich haben wir Ihnen diesbezüglich eine klare Vorlage geliefert. Ich will den Antrag nochmal zitieren und zwar nur im ersten Absatz. Der Landtag stellt fest, dass die Verfassungsschutzbehörde und das Verfassungsschutzgesetz einer grundlegenden Reform bedürfen. Haben Sie alle bestätigt. Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf, bis zum 5. Juni 2013 den Entwurf einer umfassenden Reform für die Verfassungsschutzbehörde und das Verfassungsschutzgesetz vorzulegen. Diese Reform hat insbesondere folgenden Aspekte, um zu umfassen. Da hätten Sie ja mit Enthusiasmus draufgehen müssen. Selbst wenn man Bedenken hat, wie Herr Ritter, dass das in dieser Zeit nicht möglich ist. Wo bleibt denn der Änderungsantrag, wo Sie eine aus Ihrer Sicht realistische Zeitschiene dort hineinbringen? Wären wir doch offen für gewesen. Oder man hätte ja hergehen können und sagen können, der ein oder andere Punkt aus dem Forderungskatalog der Grünen passt mir nicht. Dann hätten Sie Änderungsanträge doch einbringen können. Das ist ein ganz normales Instrumentarium für diesen Landtag. Aber das haben Sie nicht gemacht, sondern im Bausch und Bogen ziehen Sie sich die Argumentation und sagen, das muss einfach abgelehnt werden, werden Sie gleichzeitig immer wieder betonen, dass Sie den Reformbedarf sehen. Glaubwürdig ist dies aus meiner Sicht nicht, meine Damen und Herren. Und ich will auf zwei Einzelaspekte eingehen, die mir in diesem Zusammenhang wichtig sind. Ich habe ja zur Kenntnis genommen, dass Sie das ablehnen wollen. Mir wurde so ein Stück weit unterstellt, wie soll ich das beschreiben, Herr Kaffee, eine Vorurteilshaltung gegenüber den Behörden. Und es wurde deutlich gemacht, beispielsweise an dem einen Punkt, Bildungsauftrag oder Bildungsarbeit des Verfassungsschutzes. Uns ist, das ist nicht unsere Forderung an dieser Stelle, die Behörden zu verdammen. Sondern wir haben im Antrag auf den Beutzelsbacher Konsens und auf das Kontroversitätsgebot abgehoben. Und das bedeutet, die zentrale Frage ist, wie stellen Sie denn sicher, dass dort objektiv und neutral berichtet wird und dass die unterschiedlichen Positionen zu unterschiedlichen Inhalten, auch das, was den Verfassungsschutz angeht, dort zum Ausdruck kommen. Und ein zweiter Punkt. Lassen Sie uns doch nicht so tun, als wenn der Landesverfassungsschutz hier im Gegensatz zu allen anderen Behörden auf Bundes- und Landesebene nur der in Mecklenburg-Vorpommern keine Fehler gemacht hat. Ich traue mich durchaus hier an dieser Stelle kritisch anzumerken, dass ich hier und an anderer Stelle sehr wohl die kritische Frage gestellt habe. Ich mache das nur an ein paar Beispielen. Die Liste könnte sich beliebig fortsetzen. Warum denn die Weiße-Wolf-Publikation über den NSU nicht vom Landesverfassungsschutz über Jahre hinweg irgendwann mal entdeckt worden ist, war ja offen zugängliches Dokument, auch kurz nach 2011, sondern dass ein Berliner Archiv das tun muss. Ich stelle sehr bewusst die Frage, warum die Nennung von drei Institutionen im Landesverfassungsschutzbericht 2010 gerichtlich zumindest, ich sage es vorsichtig, in Frage gestellt wurde. Und selbstverständlich ist das ein Grund zur Kritik. Das sind Punkte zwei unter vielen, man könnte das fortsetzen, die begründen, warum wir uns mit diesem Thema kritisch auseinandersetzen. Und meine Damen und Herren, wer glaubwürdig und ehrlich und geradlinig und aufrichtig, das was hier mehrfach erklärt worden ist, eine Reform des Landesverfassungsschutzes will, der muss hier auch aufzeigen, wie er es denn anders machen will, als die Vorschläge der Grünen dies beinhalten. Da sind Sie jegliche Antwort schuldig geblieben. Deshalb ist das, was Sie hier veranstaltet haben, aus meiner Sicht nicht glaubwürdig. Und Sie mit Scheinargumenten lehnen Sie diesen Antrag ab. Ich habe übrigens den Eindruck, werter Kollege Ritter, dass möglicherweise unsere negative Position zur Einrichtung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses vielleicht auch Ihre Haltung zu diesem Antrag mit beeinflusst haben könnte. Wenn das so wäre, dann wäre das aus meiner Sicht bedenklich. Wir halten selbstverständlich den Antrag aufrecht. Herzlichen Dank.